hallo mit dem kopf aus dem loch dafür kann ich ja nix so ich ja ja käse weiße beine so wir brauchen noch ein stift mit einem marken 6 marken ja wir sind doch sicher das ist ja dümmer damit ok dann musst du den mit dem fuß aufheben und immer mit einem fuß Warte, ich füllen los. Nein, ohne die Hände. Das geht nicht. Das geht. Nein. Das geht nicht hin, ne? Bist du wirklich kompetent dafür? Nee, das... Das geht nicht. Scheiße, Mann! Vielleicht liegt es auch an dem Stift. Wollen wir mal mit dem Stift probieren? Kein Stift. Guck mal, das Hecklicht. Guck mal, das Hecklicht. Ja, ist Spaß! Das geht nicht mehr. Das ist schon durchgeknickt. Okay. Sollte sie sich nicht dabei hinlegen. Lass mal lieber so. Was? Nix, nix. Sollte sie sich nur zum Affen machen. Deswegen soll sie sich ja machen. Kann ich mehr Stifte nehmen? Das geht nicht. Okay. So, warte, ich lese nochmal die... Ähm, schnell an. Strumpfhose anziehen. Ähm. Und den Stift auf den Boden legen. Und nur mit einem Fuß aufheben. Weil die... Ist ja klar... Ja, gut. Hast du es geschafft? Kann sie machen. Wie sie will. Also... Aua! Aufstehen oder legen. Okay, sie hat es geschafft, beide. Uh, ich bin so gut. So, jetzt darfst du dich mal schminken. Endlich. Also schmeiße ich mich meinen... Verblendern. Also schmeiße ich mich meinen... Verblendern. Jetzt werde ich ja ganz feucht. Du bist immer feucht. Und klar. Immer. 24 Stunden sehen wir. Warum sag ich denn die Stunden dazu? Okay. Habt ihr Snapchat? Ja, haben wir Glück. Ja, haben wir geschafft. Alle. Schaffen nicht alle. Danke. Danke. Jetzt haben wir wechselt den... Warum suchst du alles in den Eimer? Ich hab extra meine Kiste rausgeholt. Kann man euch retten? Ja, kann man. Kann man ja. Wenn man Lust hat. Aber ich wette mit dir, dass wir nicht unsere Snapchat-Namen sagen, weil wir erst über Insta gehen und dann den Snapchat-Namen sagen, weil es sich jeder wissen soll. Und ja. Gib mir mehr. Ist das irgendwas perverses? Nein. Okay. Scheiße. Ich hab nicht. Ja, auf Insta, Alter. Genau. Du musst mich einfach nur anschreiten. Schreibt einmal. Ähm. Mein Dings-Name. Ähm. Mein Name rein. Kannst du mir denn dann den Namen geben? Mein Insta-Name ist der hier. Ja. Wir müssen dann halt irgendwann meinen Snapchat-Namen müssen wir ja auch noch eine Flamme aufbauen. Ja. Ihr seht ja uns Alice baut mit uns Flamme auf, meistens. Du-du-du-du-du-du. Baby gib mir mehr von dir, was du liebens. Auch wenn es keine Lust ist. Ich liebe es. Es bin zu vergessen, was war. Mein Herr ist bei dir heute Nacht. Heute Nacht. Ich häng dir einfach raus, wenn ich auf Musikerli gehe. Ja, aber ich kann... Kein Akku mehr haben. Aber wenn es unter 30 ist, dann hab ich... Dann geht mein Handy automatisch auf. Was ist das für ein Scheiß? HTC. Entwollt. Schreibt mir den Namen, aber... Schreibt mir den Namen, aber... Schreibt mir den Namen, oder mach mich. Smile, it looks good on you. Ich lege neben dir und die Zeit vergeht. Wie war der Text auch, Können wir? Ich lege neben dir und die Zeit vergeht. Sag es mir, so viel Freude. Wie war der Text auch, Können wir? Ihr habt jetzt ja aber auch nen Auftritt, weil ist ja auch nen Auftritt hier bei YouNow. So rein rechtlich gesehen, ja. Ähm, ja. Das lockert eigentlich auch nen Auftritt. So ist das eine Struffhose wie aus? Ja. Windel. Nenn doch die Hände. Nö, ich bin faul, dass man das macht. Ich mach das auch immer so wie du. Weiß nicht, wäre so, aber ich mach das auch immer so. Ich hab immer noch das Profil mit meiner Brille, oha. Oder bei 50 Likes zieht sie die Hautfarbige mal an, okay? Nein. Ich würd's nicht machen, weil wir brauchen sie jetzt doch wirklich ne Zeit lang und dann... Und die ist schon kaputt. Ja und die ist kaputt außerdem. Und dann ist es nicht so gut. Sie darf nicht... Aua! Sie darf nicht noch kaputter gehen, sonst kriegen sie noch mehr Ärger. Wir haben ja schon Ärger gekriegt, wenn da so ein kleineres drin ist. Ach, so'n Scheiß. Der hat nichts kaputt. Ja, bis dahin ist da so'n komisches Röbelding. Ah, ich hab auf die Grüne von den Hützleitenschen auch kaputt. Ich hab auf die Grüne von den Hützleitenschen auch kaputt. Heidi! Heidi! Ha! Ach, jetzt noch mal den Hützleitenschen. Ach. Eine Grüne? Ja, von Glückwünsche. Sie war... Eigentlich sollte die ja schwarz sein. Sie war eigentlich immer zu spät. Aber die hat einen grünen Stich da. Ist aber gut, wenn sie einen Grünstich hatte. Ah, da muss ich mit Heidi tauschen. Die ist voll schön, die ist mega dünn. Eine Grüne? Das gibt's heutzutage auch noch. Hä, wo waren denn die eigentlich kaputt? Irgendwo war die kaputt. Da konnte ich sogar noch mit der zaubern. Heidi! 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 Ah! Ach, jetzt noch mal. Ich kann nicht. Ich kann nicht so sein. Oh! Ich kann nicht so sein. Ich kann nicht so sein. Du bist eine schwarz. Ich kann nicht so sein. Zieh mal an, denn bist du hier das Frosch-Girl. Ja, gleich, wenn ich mich fertig geschnitten habe. Ich vergesse mal, einfach mal zu biegen. Wir nutzen eigentlich bei Fritz Saga, schminkt ihr euch überhaupt? Meistens sind hier nur Jungs drin, oder? Das ist mir egal. Ach ja, die hat nicht das lange Laufmasche. Schon wo sie bringen immer viele Likes und Zuschauer, hab das schon oft erlebt. Alles klar. Hört euch das mal an, das ist voll die lange Laufmasche drin. Die fängt hier unten an der Ferse an und geht ein bisschen hoch. Und bis der Seite. Ja! Na, Happy Birthday. Okay. Vielleicht hat es gar keine Ahnung. Mach es. Ja! Hat sie ihre Socken noch an? Ja, hat sie. Soll ich die Socken noch rausziehen? Ja! Und dann soll ich noch etwas aufheben, ne? Klar doch! Bei 1000 Likes machen wir, ähm, machen wir einen Telefonstreich. Bei der Polizei oder was? Nein! Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon! Dann losziehen wir aus! Man sieht übrigens deine Schlimmerübel, oder? ja wenn schon denn schon ich habe schon wieder 400 fans geil ich stehe kurz vor meine 6.000 likes ich das jetzt erst mitkriege ich wünschte du könntest das sehen eine sekunde hier neben mir stehen und mich begleiten versuchst du beschreiben ja und stelle vor sie hätte keine ob das nämlich schon oft von mir gehört dass die bei der strophose keine ich weiß als sie muss ja man da kriegt das ganz so Was willst du denn jetzt noch sagen? Was soll ich dir sagen? Ich weiß noch, wie ich trau mich. Timus hat sie ihren Tag oder warum? Oh nein, was anderes. Oh nein, was anderes. Nö, passt nicht. Warum sag ich, sag ich nein. Weil ich will, äh, wie geht das noch? Die muss ich aber dann wieder löffeln, ne? Wieso? Weil ich sonst kein Speicherplatz habe. Lösch doch auch mal welche von Resi, nicht immer nur von mir. Ich hab doch welche von Resi gelöscht. Ja, siehste. Ich hab doch noch einener Geiss, nicht immer nur von mir. Nein, ich bin ja. Ich hab doch. Du bist ganz schön gut. 3 3 3 4 5 5 wenn sie sich glaub ich eh nicht und die jetzt ohne zu ziehen würde sie sich trauen hätte sie bestimmte Sachen nicht würdest du dir das fragen? ja es gibt Menschen mit einer bestimmten wie soll man das sagen? mit einer bestimmten was meinst du? na warum kannst du nicht so viel lachen? ach so ja wieso was haben sie mit Lachen zu tun? wenn du ohne schlechten zu lachen würdest würde was passieren, wie soll man das nennen? warte ok wenn sie sich das traut ersetzt ich alle ihre kaputten schrumpfhosen ok lol alter komm ich würde hier gewählt als ich hier halt mich dann mal raus ja darf sie nicht 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 das darf sie ja gar nicht ich weiß nicht ich weiß gar nicht ob du schon so da sitzen darfst das weiß ich gar nicht ich weiß nur dass man keine nackte haut sehen darf also von bestimmten körperzeilen hat sie denn jetzt ohne Socken hat sie denn jetzt ohne Socken ja hat sie ja bin ich da ja und dann sexy 18 ok immer wenn du lachst lache ich mit dir alles was du fühlst fühl ich auch du bist der Rhythmus meines Lebens ich liebe dich so sehr immer wenn du lachst lache ich mit dir alles was du fühlst fühl ich auch viele waren noch nie da Isabella ist wieder da von FMDG Fan ich bin auch ein Fan von LK ja ich möchte die Stromrose steht hier übrigens hammer ich steht hier hammer herzlichen Glückwunsch du hammer wie meine hammer Renni tja am Arschleck ok ok mach mal noch weiter nach rechts mach mal nach rechts 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 Siehst du? Siehst du, Lenn? Alle die Schrummfröder? Ja, ich merke. Ich möchte, dass ich nie die Schrummfröder anhaben werde, wenn ich sie mehr werde. Warum meint das nicht? Aber doch wüsst du und auch den Mensch vorletzt. Ich möchte, dass ich nie die Schrummfröder anhaben werde, wenn ich sie mehr werde. Ich liebe es. Warum nicht so schön wie ihr seid? Ist das doch noch schöner als wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn ihr welche antreibt? Nee, 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 nee. Darauf geh ich jetzt nicht ein. Danke. 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 Ja, das ist fast getreten. Das gebe ich zu. Tada, ein Schmetterling! Und jetzt, was machst du mit rund? Hätte ich die Flügel rund gemacht. Bei einem richtigen Schmetterling. Du bist frei! Wenn ihr mir eure alten kaputten Stromhosen schickt, schicke ich euch dafür den Nagelneue. Es soll gekaufte. Es soll ich bezahlen die denn. Äh, okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen wollte. Was machst du? Wirst du gleich sehen? Ich kann es nicht sagen. Fein! Ich hab auch noch einfallen. Einfallen! Eigentlich hab ich alles gemacht. Ich hab auch noch einfallen. 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 Ja, vielleicht. Wir schreiben einfach mal privat drüber. Muss alles her nicht dran liegen. Ich glaube aber nicht, dass wir das machen würden. Weil, ähm, Adresse und so. Ich hab jetzt was. Ich kenn das nicht. Dann hab ich пов probiert. Wägo, Easter eggs! Wägo, Wägo, Wägo! Nein! Was nein?! Weil er sagt vorhin 80 Europeans können weiter nach rechts, ja? Bei Eintausend machen wir auf, die Seite von Eis. sie ist nicht singen wochen wenn du nicht für so ein typ singel bist ich kenne ihn kaum deswegen bist du gar nicht singel für diesen typ doch ich bin vergeben an mein singelleben also dem ich kenne ihn kaum ich weiß auch nicht mal wie er aussieht deswegen bist du ja nicht singel das meinte so auch oben ich gebe sie nicht weg das ist meins meine wir sind aber nicht schlecht zum glück kann ich nun wieder ausziehen nein die wollten ja bei 18 likes mehr dass es nach rechts geht kann ich wenigstens drüber ziehen die kleine Träne fällt unsere blöcke treffen sie ist die zweite Träne fällt und eine Hand mit meinem Gesicht die 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 3 aber es ist der Fall zum ersten kommen was zu essen als ob ich einmal im Schaden was zu essen habe das ist ja zu gut wenn er eigentlich den Mikroschang hinstellt ich schaue dich an und denke mir nur so dann wenn ich was zu essen holen also es gibt gleich Mittag sie war die ganze Zeit und sie ist auf einmal wie sie was tut ja weil ihr kalt wird fischstäbchen zum Mittag man kann es auf einen Brei ich kann aber keine Fischstäbchen lassen deswegen kann ich auch ein Brei wieso? ah du willst ja Vegetarier werden nö Vegetarier werden Fisch ist kein Fisch Fischstäbchen ist kein Fisch das sind Fischstäbchen ich aber eh nicht weil Fisch ist Fisch und Fisch ist eklig nein das ist Fischstäbchen kein Fisch Fisch ist eklig auch wohin Fisch ist kein Fisch Fisch ist kein Fisch Fisch ist kein Fisch fisch Kopf aufgehört du kannst auf dich du bist du was bei der ersten Sekunde haben immer dort Ah, Pinguin! Kennt ihr dabei so ein paar Flütteln? Ja, so, so, so wert. Cyrus macht das auch. Ich hab über 30. Da holen wir gerade die Zahl. Richtig! Das heißt, vertreten, die Leute, wie du haltet! Willkommen zufrieden! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-I-C-T-H-T-H-T-H-T-H. Ah, da du sagst du da, was da du sagst? Ich will nur, dass du dich weißt. Ich will nur, dass du dich weißt. Na, scheiße. Und ich hab' mal aufgedrückt. Geh' ich raus, ja genau seh' ich so aus. Weißt du was, schmeiß' mich doch raus, wenn du dich traust. Ich trau' dich, wenn du dich traust. Na, würdest du diese Struhe oder ausziehen? Ja. Ja. Ja.